Ja, bei mir sind zwei Spieler, ich freue mich ganz besonders, dass unser Torschütze da ist, Thomas Brücker und Rani Savjovanovic, also zwei Stürmer, der Applaus, den bekommt er schon mal, denn auch mit Blick auf die Tabelle kann man sagen, die Wende ist auf jeden Fall geschafft und erreicht, mit sechs Punkten hat man jetzt wieder Anschluss, auch wenn man sicherlich nicht ganz so zufrieden ist, oder sehe ich das falsch? Und nach dem Spiel in Osnabrück haben wir da heute gut nachgelegt, Rani. Ja, ich denke, erstmal ist es wichtig, dass wir zu Hause gewonnen haben, wir haben leider die letzten Spiele zu Hause viel Pech gehabt und ja, wir wollten natürlich unbedingt nachlegen nach den drei Punkten in Osnabrück und zum Glück ist es uns heute gelungen. Thomas, normalerweise wären dir die ersten Worte gebührend gewesen, denn du hast jetzt einen Siegtreffer gemacht, kommen wir vielleicht erstmal kurz zu diesem Tor. Wunderbar rausgespielt mit einem langen Ball, Patrick Zundi hatte dann, da war der Torwart gerade noch dran, Simon Jentsch und du standest genau zur richtigen Zeit am richtigen Punkt, aber sag selber nochmal, wie du das Tor gesehen hast. Ja, ich denke, Augsburger spielen Fehlpass im Mittelfeld, den wir gut abfangen, den Ball schnell in die Spitze spielen und ich habe ein bisschen mit gerechnet, dass Patrick den Ball dann noch erlaufen kann, hat er gut gemacht, spielen super quer und ich muss auch nur noch reinschieben. Und das hast du hervorragend gemacht. Auch das Testspiel gegen Leverkusen hast du ja auch genutzt, auch mit einem Tor nochmal auf dich aufmerksam gemacht, in letzter Zeit immer wieder das Vertrauen des Trainers genossen, auch bei dir so richtig persönlich der Bann gebrochen. Ja, ist natürlich schön. Ich sage mal, ich spiele natürlich jetzt Woche für Woche und versuche dann meine Leistung zu bringen und dass mir es heute natürlich mit dem Tor gelungen ist, ist natürlich umso schöner. Das erste Saisontor, das erste Tor für dich in einem Pflichtspiel für Fortuna Düsseldorf auch nochmal was Besonderes? Ja, natürlich gerade vor der Kulisse, ich sage mal, letzte Woche haben wir leider verloren gegen Bochum und war aber wie ein gefühlter Sieg und natürlich war es heute noch ein Stück mehr, gerade dass wir die Fans auch mal belohnen konnten mit dem Sieg. Als du von Rot-Weiß-Aalen gekommen bist, da wirst du sicherlich diese Euphorie mitbekommen haben, die letztes Jahr hier herrschte in der zweiten Liga, sei es bei den Zuschauern natürlich auch den Aufstieg knapp verpasst, da war das doch sicherlich schon enttäuschend, wenn man die ersten Spiele so gesehen hat, in doppelter Hinsicht. Ja, natürlich war es enttäuschend, ich sage mal, wir haben immer wieder gute Leistungen abgeliefert, sind aber nicht belohnt worden dafür und haben, denke ich mir, jetzt gerade die letzten beiden Spiele Osnabrück und heute sehr hart gearbeitet und sind jetzt auch mal dafür belohnt worden. Ich denke mal, wenn wir so weitermachen, dann geht es auch weiter bergauf. Auch Ranisav Jovanovic wünscht sich sicherlich das erste Saisontor, das fehlt nämlich auch noch. Ja, auf jeden Fall, also für den Stürmer sind Tore immer gut, aber ich denke besonders jetzt in den letzten Wochen in Situationen, die wir jetzt hatten oder immer noch haben, sind natürlich drei Punkte wichtiger und man muss seine Leistung, denke ich, in die Mannschaft einbringen. Das, denke ich, habe ich heute getan und sicherlich wäre es schön, endlich mal wieder zu treffen, aber die drei Punkte heute sind viel, viel wichtiger. Aber auch da muss man sagen, ihr seid ja in der Breite wirklich gut aufgestellt im Sturm und du erkämpfst trotzdem Woche für Woche das Vertrauen des Trainers. Ja, ich denke, ich habe bis jetzt immer eigentlich meine Leistung gebracht vorne und sicherlich wird man eigentlich als Stürmer auch, denke ich, an Toren gemessen und gezählt. Ich denke, ich tue alles dafür und ich hoffe natürlich, dass in den nächsten Wochen dann auch mal das Quäntchen Glück dazu kommt, dass ich dann mein erstes Tor oder die nächsten Tore mache. Es war ja auch nicht alles schlecht, du hast es gesagt, die ersten Spiele sehr, sehr viel Pech gehabt, auch vor allen Dingen die Begegnung gegen den VfL Bochum. Aber trotzdem, egal in welche Richtung, wenn es nicht läuft, dann hat man noch Pech dabei und wenn es läuft, dann hat man noch ein bisschen Glück. Ich glaube, die letzte Szene, die guckt man sich ungern im Fernsehen nochmal an, oder? War es Elfer? Ich weiß nicht, ich war auf der Bank und war zu weit weg einfach. Aber gut, ich sage mal, vielleicht wären in den ersten drei, vier Spieltagen hätten wir vielleicht noch den Elfmeter gegen uns bekommen und ich denke mal, wir haben das Glück vielleicht auch heute ein bisschen erzwungen und das gehört dann auch einfach dazu, dass man das macht. Normalerweise fragt man immer bei dieser Pause, jetzt diese Länderspielpause, nach einer Niederlage kommt meistens die Antwort, am liebsten würden wir morgen schon wieder auf dem Platz stehen, um das Ganze wieder gut zu machen. War es vielleicht trotzdem ganz gut, dass man mal ein bisschen mehr Zeit hatte noch? Ja, ich weiß nicht, ob das gut war. Ich hätte natürlich direkt schon wieder am Wochenende natürlich spielen wollen, gerade die Euphorie natürlich mitnehmen vom Osterburg-Spiel, aber ich denke, das haben wir heute auch wieder gut genutzt und nächste Woche geht es ja Gott sei Dank schon weiter. Ja, lass uns nochmal kurz ein Wort über die Zuschauer sagen, denn das ist ja wirklich unglaublich, oder? Ich meine, klar, irgendwann wird ja auch der Zuschauer ungeduldig, wenn es viele Niederlagen gibt, aber relativ schnell habt ihr das Vertrauen auch der Fans wieder gewonnen. Ja, ich denke, ganz wichtig auch war unser Treffen gewesen mit den einzelnen Fangruppen, die wir haben und wo wir halt viele Sachen angesprochen haben, die auch, sage ich mal, die Fans interessiert hat. Aber der Trainer sagt, dass Woche für Woche, wenn wir wirklich auf dem Platz unsere Leistungen bringen und die Zuschauer wirklich sehen, dass wir uns reinhauen, alles geben, dann stehen natürlich die Fans auch hinter uns. Und wir Spieler sind natürlich sehr, sehr froh darüber, dass wir so eine große und wirklich großartige Fellenkultur haben und dafür, denke ich, beneiden uns auch sehr viele. Und dafür lohnt es sich dann wirklich umso mehr, wirklich alles zu geben und dann am Ende zusammen zu feiern. Der Eurovision Song Contest wird jetzt in Düsseldorf stattfinden. Das bedeutet für die Fortuna 3 Heimspiele am Flingerbruch im Paulianus-Stadion. Wie stehst du dazu oder wie steht ihr als Mannschaft dazu? Ich meine, das wird sicherlich auch eine Festung, sehr klein und eng. Freut man sich über vielleicht ein bisschen Abwechslung oder ist es schon, dass ihr sagt, ach Mensch, gerade zum Ende der Saison eigentlich schlecht? Also ich selber kann es nicht richtig einordnen, weil ich meine, es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber ich habe jetzt gehört, dass das Stadion, glaube ich, auf 18.000 ausgebaut wird und vielleicht wird es am Ende ein bisschen wenig sein. Wenn vielleicht das Doppelte oder mehr Leute zum Spiel kommen wollen, wird es da vielleicht ein oder andere Problem geben. Aber ich denke auch, Flingerbruch ist ein Zuhause von Fortuna und wir spielen eigentlich auch sehr gerne dort. Meistens, wie gesagt, Freundschaftsspiele und ja, ich denke, wir werden uns alle überraschen lassen, was das für eine Hexenkessel dann werden kann. Lass uns nochmal kurz auf die nächsten beiden Spiele schauen. Die nächste Begegnung am 24.10. Sonntag, 13.30 Uhr beim SC Paderborn. Ja, hast du recht, gegen Paderborn. Wie schätzt du den Gegner ein? Nachlegen. Ja, natürlich. Also ich denke mal, wir müssen natürlich in Paderborn da anknüpfen, was wir auch die letzten beiden Spiele schon gemacht haben. Wir müssen uns da wieder voll reinhängen, geht wieder von Null los in Paderborn und ja, das werden wir machen und dann gucken, was dabei rumkommt. Und dann kommt am 1.11. am Feiertag zum Montagsabendspiel der MSV Duisburg. Das wird sicherlich eine knackevolle Hütte. Auch die Duisburger werden viele Fans mitbringen. Freut man sich da besonders drauf auf diese Montagsabendspiele? Ich meine, auch die neue Terminierung ist ja super oft Freitagsabendspiele. Jetzt kommt das Montagsspiel noch dazu, aber an einem Feiertag und dann noch das Straßenbahnduell. Da wird sicherlich eine volle Hütte erwartet. Ja, sowieso. Freitags- und Montagsspiele sind immer was Besonderes, besonders für uns Spieler. Sicherlich, wenn wir in Paderborn punkten können, dann werden vielleicht umso mehr Leute kommen, weil Duisburg ist um die Ecke, ist ein Derby und man freut sich eigentlich immer auf Derbys. Aber sicherlich haben wir erstmal Paderborn und darauf müssen wir uns konzentrieren. Auf Duisburg können wir uns dann konzentrieren, wenn wir gegen Paderborn gespielt haben. Ich wünsche Euch ganz, ganz viel Glück bei den nächsten beiden Aufgaben. Werd natürlich auch mit dabei sein. Also 24.10., wie gesagt, sonntags beim SC Paderborn. Und wir sehen uns dann hier wieder in der Düsseldorfer Esprit Arena am Montag, 1.11.20 Uhr. Dann heißt der Gegner der Meidrische Sportverein. Und das soll es gewesen sein mit unserem VIP-Talk, präsentiert von Kälteklima Peters und Keuter Grundbesitzverwaltung. Ihnen noch einen schönen Freitagabend und natürlich auch ein schönes Wochenende. Bis allerspätestens zum 1. November. Ciao, tschüss.